So Freunde, das ist wieder einmal das Ende unseres reichhaltigen Programms. Nicht mit dem Gongschlag, aber mit dem Ende der nächsten Platte. Es ist dann so ziemlich genau 24 Uhr. Eine gute Nacht wünsche ich und bis bald! Einige der Gäste am Tisch von Frauke Eckert sind inzwischen schon gegangen. Stimmt so. Dankeschön. Vier Bier? Vier Marken. Danke. Ich bring dich noch ein Stück. Gute Nacht. Kurz nach Mitternacht verlässt Frauke Eckert mit dem jungen Mann das Lokal. Die Straßen der Stadt sind um diese Zeit fast menschenleer. Jack ist der letzte ihrer Freunde, der Frauke Eckert in dieser Nacht gesehen hat. Zu Hause kommt sie nicht mehr an. Schon zehn nach halb eins. Dein Bus wird wohl weg sein jetzt. Ach, ist ja nicht so schlimm. Ich kenn ja den Weg. Ich kann ja laufen. Sag mal, Kaktus, soll ich nicht lieber mitgehen mit dir? Nein, nein, lass nur. Ist ja nicht so weit. Vielleicht nehme ich auch einen Autofahrer mit. Na ja, wenn du meinst. Ich komm aber gern auch mit, wenn's dir lieber ist. Nein, nein, lass nur. Ich komm schon heim. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Mach's gut. Komm gut heim. Komm gut heim. Zehn Tage nach ihrem Verschwinden, am 10. Juni 1971, wird die Leiche des Mädchens gefunden. Spaziergänger haben sie nur wenige Autominuten von Ravensburg entfernt am Rande eines Waldwegs entdeckt. Der Täter hat das Mädchen mit einem Messer getötet. In unmittelbarer Nähe des Tatorts finden die Beamten der Kripo Spuren, die auf einen kurzen Kampf schließen lassen. Da, hier. Ist was. Eine Schnalle aus Plastik. Zerbrochen. Und ein Knopf. Da scheint die Schnalle vom Mantel zu sein. Wird abgerissen sein, als der das Mädchen angegriffen hat. Und der Knopf sieht nach Hosen. Das könnte bedeuten, dass der Kerl sie hier angegriffen hat. Vielleicht hat sie sich nochmal losreißen können. Ist dann da rüber gelaufen. Und da hat er sie dann erwischt. Ja, so sieht's aus. Genau so. Das oben am Graben war's dann aus. Hier, kommt mal her. Hier liegt das Messer. Ist noch Blut dran. Die kriminaltechnische und die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben einwandfrei, dass Frauke Eckert in der Nacht, in der sie sich von ihrem Freund verabschiedet hatte, mit diesem Metzgermesser ermordet worden ist. Das am Tatort gefundene Messer, meine Damen und Herren, ist für die Polizei heute das wichtigste Fahndungsmittel in diesem Fall. Denn in kriminalistischer Hinsicht hält Kriminalrat Hölzer aus Ravensburg diese Tatwaffe für besonders interessant. Ja, Herr Zimmermann, wir glauben nämlich, dass der Täter dieses Metzgermesser mehr oder weniger zufällig für die Tat benutzt hat. Das heißt, er hat es wohl nicht gezielt für diesen Mord besorgt. Und er hat deshalb nicht darauf geachtet, wie wir annehmen, dass es ihm möglicherweise zum Verhängnis werden kann. Aus der kriminaltechnischen Untersuchung ergibt sich, dass das Messer einige Zeit vor der Tat bei Metzgerarbeiten verwendet worden ist. Allerdings ist die stark abgenutzte Klinge zumindest in letzter Zeit nicht mehr fachmännisch nachgeschliffen worden. Daraus leitet die Kripo nun den Schluss ab, dass das Messer zuletzt bei Hausschlachtungen oder in einem Küchenbetrieb oder möglicherweise auch in einer Gastwirtschaft benutzt worden ist. Es kann aber natürlich auch aus einer Metzgerei stammen. Frage, wer kennt dieses Messer? Wo wird dieses Messer seit dem Frühjahr, Frühsommer 1971 vermisst? So sah Rauke Eckert aus. Sie war auffallend klein, nämlich nur 1,50 Meter groß. Und sie hat sich, wie gesagt, am Frauentorplatz in Ravensburg von ihrem Freund verabschiedet und ist vermutlich kurz danach von einem Autofahrer mitgenommen worden. Vielleicht haben die beiden jungen Männer, die zur gleichen Zeit vor dem Frauentor-Kino standen, beobachtet, wie sie eingestiegen ist. Aber auch wenn sie nichts Auffälliges gesehen haben, wären sie für uns wahrscheinlich sehr wichtige Zeugen. Wir wären deshalb sehr daran interessiert, diese beiden jungen Männer zu finden, die in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch nach Pfingsten, also in der Nacht vom 1. zum 2. Juni 1971, vor diesem Kino in Ravensburg auf Mitfahrgelegenheiten gewartet haben. In diesem Kino lief damals der Zeichentrickfilm Pongo und Perdi. Das Kino liegt an der Bundesstraße vom Bodensee nach Ulm. Wie Sie aus dem Film wissen, meine Damen und Herren, hat Frauke Eckert kurz vor ihrem Tod bei ihrer Dienststelle Urlaub eingereicht. Angeblich, um nach Kopenhagen zu fahren. Bis heute konnte aber nicht festgestellt werden, mit wem das Mädchen dorthin reisen wollte. Frage, wer weiß etwas über diese geplante Urlaubsreise vom 7. bis 14. Juni 1971? Oder von wem ist Frauke Eckert eingeladen worden? Auch der Mann, der morgen vor der Tat im Telegrafenamt in Ravensburg Frauke Eckert angerufen hat, konnte bis heute nicht ermittelt werden. Er hat sich Günther genannt und soll nach Aussagen von Zeugen, die ihn vorher gesehen haben, etwa so aussehen. 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mittelbraune Haare. Angeblich soll der Mann Vertreter, Günther, Vertreter sein und aus dem Raum Frankfurt oder Düsseldorf kommen. Aber die Polizei möchte natürlich auch mit allen anderen jungen Leuten sprechen, die mit Frauke Eckert Kontakt hatten und mit denen die Kripo bisher nicht reden konnte. So gibt es zum Beispiel einen bis heute unbekannten, hellblonden Mann von etwa 30 Jahren, der das Mädchen zweimal in dem Jugendlokal, Rentsch 66, abgeholt hat. Auch er ist möglicherweise ein sehr wichtiger Zeuge. So weit die Fragen, die unmittelbar zum Mordfall Eckert gehören. Aber wie gesagt, es gibt hier gewisse Parallelen zu einem anderen Mordfall aus unserem Bereich, nämlich dem Mord an Rosemarie Balk aus Kempten. Auch sie war zuletzt als Anhalterin in Ravensburg gesehen worden. Auch sie wurde mit einem Gegenstand ermordet, der in Metzgereien und in der Landwirtschaft Verwendung findet, nämlich in diesem Fall mit einem Kälberstrick. Und auch sie wurde kurz vor ihrem Tod zu einem Auslandsurlaub eingeladen. So soll der Mann ausgesehen haben, der Frau Balk damals zu einem Urlaub in die Schweiz eingeladen hat. 40 bis 50 Jahre alt, graumeliertes Haar, er soll einen Mercedes gefahren haben und beruflich mit Maschinen zu tun gehabt haben. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes an Frauke Eckert führen, sind Belohnungen von insgesamt 4.000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ravensburg, Telefon 0751 6001, an jede andere Polizeidienststelle oder an eines der Aufnahmestudios. Vielen Dank, Herr Hölzer. Vielen Dank, Herr Hölzer.